So, wir gehen rein. Wie eben besprochen, Long-Entry im ES und auch Hallo und ein herzlich Willkommen an alle, die sich das gerade auf YouTube anschauen. Ich bin gerade im Live-Trading mit meinen Jungs und wir sind gerade Long-Reihen im ES. Ich kann aber kurz euch die Situation zeigen, ein bisschen raus scrollen. Wir sehen, wir haben eine starke Abwärtsbewegung gehabt, haben jetzt hier gerade das Zwischenhoch gebrochen mit starkem Momentum, kleinen Rücksetzer, Momentums-Fortsetzungs-Setup und wollen jetzt quasi die Aufwärtsbewegung weiter traden. Der Markt ist hier gerade noch in einem Bereich, wo ein bisschen gekämpft wird, kann auch nochmal durchaus ein kleines Stück zurücklaufen, ist aber total okay. Wir haben hier eine schöne Exsortion gehabt, die jetzt auch eigentlich bestätigt wird und es geht weiter Long. Das ist quasi jetzt Ziel des Trades oder Sinn des Trades. Jetzt läuft der Trade schon an. Wir sichern unseren Gewinn ab, weil der Markt gerade sehr dynamisch ist. Wir sehen schon, wir haben sehr viel Bit, was am Hoch wieder reinkam. Das ist was, was wir nicht sehen wollen und wir sind raus. Das ist total okay. Dann können wir uns den Trade nochmal anschauen. Wir sehen, hier war unser Entry, da war unser Exit. Sind wir mit einem Tick raus, ist okay. Wenn der Markt jetzt weiter anläuft, ist das Ganze nicht schlimm. Das gehört ganz nochmal zum Traden mit dazu. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal weiter an. Ich nehme das Ganze jetzt nochmal weiter mit auf YouTube auf, weil es gibt nicht immer nur die perfekten Trades, wo man hier reingeht und der Markt läuft bis da oben. Ihr seht, jetzt sind wir raus und der Markt wird weiterlaufen ohne uns, weil Stopp relativ aggressiv nachgezogen, was in den aktuellen schwierigen und harten Märkten ganz normal ist. Das muss man machen. Ihr könnt nicht sagen, nur weil große Bewegungen sind oder weil ihr denkt, der Markt läuft jetzt irgendeine große Strecke, das Ganze machen. Für mich war kein Gegensignal, aber wenn ich sehe, wir haben eine Aufwärtsbewegung, wir hinten hart das Bit und die Bewegung gerät in Stocken, dann ist das für mich ein ganz klarer Punkt, Risiko rauszunehmen. Risiko rausnehmen heißt, ich ziehe meinen Stopp nach. Und ihr seht, wir korrigieren gerade, wir wären jetzt schon wieder im Minus. Jetzt ist eher schon, dass wir aus dem Trade bald wieder rausgehen müssen. Das heißt, sowas wollen wir überhaupt gar nicht haben. Das heißt, wenn Trades nicht anlaufen, dann gehen wir raus. Wenn wir Gegensignale bekommen, dann gehen wir raus. Wir bleiben nicht einfach nur verbittert in einem Markt drin, weil wir sagen, ja, wir haben jetzt aber den EMA gebrochen, wir haben das hochgebrochen, wir haben das tiefgebrochen. Der Markt muss ja jetzt long gehen oder der Markt muss ja jetzt short gehen. Das muss der Markt nicht, wenn wir hier reingehen und wir wollen Momentums-Fortsetzungs-Setup machen und wir kriegen hier ein starkes Gegensignal, wo wir vorher schon mal ein leichtes Gegensignal hatten, dann gehen wir aus dem Markt raus. Es ist jetzt egal, wie lange der Markt weiter seitwärts läuft, ob er nochmal ein Stück korrigiert und dann raketenhaft losgeht oder ob er direkt raketenhaft losgeht. Das ist egal. Wir haben hier unser klares Exit-Setup und daran muss man sich halten. Wir haben einen klaren Entry und wir haben einen klaren Exit. Der Exit ist aber noch kein wertiges Short-Signal. Das heißt, wir suchen hier keinen Short-Entry, aber wir gehen raus, weil das Signal uns besagt, Achtung, Gefahr, es kommt viel Bit rein, der Markt schwächelt, er will nicht weiter, er exhaustet leicht am Top, dann haben wir so auch eine starke Imbalance. Das heißt, der Markt ist schwach. Und jetzt kommt die Korrektur. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt eine Korrektur auf dieses Level hier sehen, dass wir uns hier stabilisieren und dann von hier aus nochmal einen weiteren Long-Versuch sehen. Das ist total okay. Aber wenn der Markt hier nicht weiter will, dann müssen wir aus unserem Trade rausgehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sehe ich immer wieder bei Anfängern, dass man in einen Trade reingeht. Man ist im Plus, man lässt sich seine Gewinne wieder abnehmen, lässt sich im Minus ausstoppen oder kauft sogar noch im Minus nach. Kennt ihr bestimmt selber auch, dass ihr diese Fehler macht. Das sind ganz klassische Anfänger-Trading-Fehler. Das dürft ihr nicht machen. Wenn ihr in einen Markt reingeht, überlegt euch ganz genau, warum gehe ich jetzt rein? Was würde ich sehen beim Entry? Und was mache ich, wenn der Markt nicht anläuft? Was sind meine Exit-Signale? Wie ziehe ich meinen Stopp noch? Das sind alles Sachen, grundlegende Sachen, die man lernen muss. Das sind ganz basic Skills, dass man verstehen muss, was macht man, um in so einem Trade nicht mit Minus rauszugehen. Ihr seht, wir wären mit Minus raus. Der Markt wäre jetzt schon hier unten. Wäre das vielleicht ein Short-Setup gewesen? Ja, hätten wir auch ein Short-Setup machen können. So sind wir jetzt mit nach Gebühren 72,60 Dollar sind wir aus dem Trade im Plus raus. Das ist natürlich nichts, aber es ist besser, als wir machen 500 Dollar Minus. Und das ist es nämlich. Das ist das, was die meisten euch nicht zeigen. Die großen Minus-Trades, die Kontenplätten oder die für eine Zick-Zack-Performance werden immer nur die Gewinn-Trades gezeigt, nur immer auch die krassesten. Es muss immer mehr sein, immer größer. Es muss in immer kürzerer Zeit sein. Wird mir nicht wundern, wenn irgendwann Leute anfangen, 2, 3, 4, 500 Kontrakte-Trades zu zeigen und sagen, ja, da gehe ich rein, ich muss nur 10 Sekunden am Tag traden. Mit 300 Kontrakten, dann mache ich meine 25.000 Euro und dann höre ich auf zu traden. Das ist gerade sowas, was von der Dubai-Fraktion sehr, 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 sehr viel kommt. Und dass man mal ein 10, 20 Kontrakte-Trade macht, das ist ja auch okay. Darum geht es gar nicht. Aber dieses immer mehr, immer extremer, in immer kürzerer Zeit, um den Leuten zu zeigen, ja, bei mir ist der beste Coach, weil du musst bei mir nur 10 Sekunden am Tag traden. Dann kannst du den ganzen restlichen Tag deinen Finger im Po stecken und abschlecken und gucken, ob es nach Schokolade schmeckt. Aber du wirst reich. Gib mir dafür nur 30.000 Euro. Diese Dubai-Fraktion ist eine Vollkatastrophe und das tut nichts Gutes fürs Trading. Realistisches, echtes Trading ist das, was ihr gerade gesehen habt. Man geht rein. Wir können den Trading auch einblenden. Entschuldigung. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen raus, weil der Markt nicht anläuft. Wir hätten vielleicht noch ein paar Ticks mehr Profit mitnehmen können. Hätte ich vielleicht hier oben auch schon auf Exit klicken sollen. Ja, natürlich. Wäre vielleicht besser gewesen. Hätten wir ein paar Ticks mehr mitgenommen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir können froh sein, dass wir nicht wirklich Slippage hatten. Wir hätten schon Entry-Slippage, aber Exit-Slippage muss nicht sein. Das heißt, das ist ein ganz normaler Trade, was ein normaler Trader jeden Tag macht oder machen sollte, wenn er gut ist. Das bedeutet, reingehen, Markt läuft nicht an, rausgehen und sich nicht hier unten in Minus austoppen lassen. Auch wenn der Markt jetzt hier wieder hochläuft. Man wird ja sagen können, ja, warum hast du den Stop denn nicht da unten? Aber der ist doch noch da oben hingelaufen. Wäre doch ein super Trade. Ja, wollt ihr hier reingehen, bis da unten euren Stopp haben und hier vielleicht 1.000 Dollar oder mehr in Minus sein? Nein, ich nicht. Das ist kein gutes Trading. Ich möchte reingehen, möchte sehen, dass Momentum kommt oder dass der Markt anläuft. Kriege ich ein Gegensignal, gehe ich raus. Jetzt haben wir leider hier gerade den Trade verpasst durch Quatschen. Das wäre ein super schöner Einstieg. Das, was ich gerade erklärt habe. Wir haben Pullback auf diesen Bereich hier. Es wird wieder absorbiert. Käufer kommen rein. Der Markt wird dynamisch. Markt dreht. Wäre wieder ein super Entry gewesen für uns. Aber ihr seht auch das wieder. Der Markt läuft nicht sofort an, er korrigiert. Es ist halt, die Märkte sind gerade schwierig. Das heißt, wenn wir in den Bereich hier rein wären, hätten wir hier auch wieder unseren Exit gehabt oder Stop nachziehen, dann wäre es wieder nur ein 2-3-Tick-Plus-Trade gewesen. Aber das ist okay. Nur da muss man seine Regeln haben. Man kann ruhig 10 Trades am Tag machen, wo man nur 2-3-4-Ticks mitnimmt. Das ist egal. Dann hat man noch ein paar Trades, wo man ein paar mehr Ticks mitnimmt. Und so versucht man, seine Minus-Trades so gering wie möglich zu halten. Ich habe lieber mehrere Trades am Tag, wo ich mit 1-2-3-Ticks-Plus rausgehe, dafür aber mal eine größere Bewegung verpasse, als dass ich 2-3 größere Minus-Trades am Tag habe. Weil auf Dauer ist das Trading so deutlich, deutlich angenehmer, weil man halt weniger Minus macht. Zwar auch manchmal ein bisschen seine Gewinne beschränkt, weil man nicht so viel Plus hat, aber in Summe auf Dauer jeden Tag mache ich konstant Plus. Und konstant Plus zu machen jeden Tag, das ist das Wichtige, um keine große Schwankung auf dem Konto zu haben. Es bringt euch nichts, wenn ihr mal minus 30 bis 70 Prozent auf dem Konto habt und dafür Ende des Jahres mit plus 400 Prozent rausgeht. Das zwischen Totalverlust und einer super guten Performance zu schwanken ist nicht gut. Lieber eine konstante Performance jeden Tag haben, jeden Tag einigermaßen dasselbe an Profit mitnehmen und das über das ganze Jahr ohne Ausreißer, das ist das viel entspanntere Trading. Und das ist das, wie realistisches Trading von Tradern aussieht, die traden können. Natürlich hat man auch mal einen guten Trade, wo der Markt, wo man vielleicht mal eine größere Bewegung mitnimmt, das ist ganz normal, aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag sind diese Trades oder sollten diese Trades sein, nicht die Trades, wo man dann hier ausgestopft wird, weil dann ist man kein guter Trader. Man ist ein guter Trader, wenn man reingeht in den Markt, erkennt, wenn der Markt schwächelt und dann den Trade beendet. Ihr seht zum Beispiel, ich war gar nicht geplant, dass ich ein YouTube-Video gemacht habe. Ich wollte eigentlich jetzt nur euch den Entry erklären, kurz als kleines Mini-Video und jetzt haben wir daraus ein gutes YouTube-Video gemacht, wo ihr ein bisschen Mehrwert von habt und hoffentlich was draus lernen könnt. Das ist das ganz normale Trading. Und ihr seht, hier hätten wir nochmal einen kleinen Long gemacht, wären wir auch wieder mit ein, zwei Ticks raus. Hier könnten wir jetzt nochmal einen Long suchen, was man jetzt nicht mehr machen sollte, weil dieser Bereich jetzt jedoch sehr unsauber seitwärts, abwärts ist und gegen solche Bewegungen zu traden ist nicht gut. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Markt wieder ein bisschen vernünftiger läuft und dann können wir wieder nach neuen Entrys suchen. Das heißt, ihr müsst immer verstehen, wo befinde ich mich gerade im Markt, wie bewegt sich der Markt, was ist gerade wichtig, wie kann ich das gerade für mein Trading nutzen. Und wenn ich einen Trade mache, der Markt läuft nicht an, geht sofort raus. Lasst euch nicht ständig im Minus ausstoppen und schon gar nicht im großen Minus. Und lasst euch nicht zu viel Gewinne wieder abnehmen. Das hier zum Beispiel war kein guter Trade. Wir hätten hier oben irgendwo rausgehen können. Wir haben viel zu viel von den Gewinnen wieder abgegeben. Das ist nicht gut. Ich hätte viel schneller reagieren müssen, wenn ich nie herangesoomt gewesen wäre, dass ich das vernünftig gesehen hätte. Dann wäre ich rausgegangen. Aber habe ich nicht. War mein Fehler. Ich habe dadurch weniger Geld gewonnen. Ich habe zum Glück kein Geld verloren. Aber das ist ganz normales Trading. Es läuft da halt wieder an. Aber aus so einer unsauberen Phase heraus zu traden, ist nicht clever. Wäre man jetzt hier noch drin, würde man sagen, ja guck mal, jetzt sind wir doch im Gewinn. Er läuft an. Ja, wollt ihr das Minus mitnehmen? Nein, wollt ihr nicht. Das ist viel zu viel Stress, solche Trades. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 10 Minuten im Markt. Das ist zu viel. Und nur im Minus. Das hält man auf Dauer nicht aus. Wenn ihr das mehrere Jahre lang macht, dann seid ihr nach ein paar Monaten schon, sind die meisten komplett durch. Durch die Zickzack-Performance auf dem Konto und den Stress, was euch das antut. Deswegen, tradet vernünftig, reproduzierbar, nachhaltig. Überlegt euch genau, was sind eure Entries, was sind eure Exits, wie managt ihr euren Stopp. Lasst euch die Gewinne nicht abnehmen. Das sind ganz, ganz wichtige Kernfaktoren, was ich immer wieder sehe, was die meisten Trader falsch machen. Es gibt den Entries, es gibt irgendwo ein Ziel und der Rest wird einfach ignoriert. Das ist nicht gut. Das ist kein Trading nach Footprint oder das ist kein Trading nach Orderbuch. Ihr habt mit diesen Tools die Möglichkeit zu erkennen, ob eine Bewegung potenziell eher aufhört oder ob sie Continuation hat. Und wenn ihr das Ganze erkennt und diese Skills besitzt, dann nutzt es auch und geht rechtzeitig aus euren Trades raus. Wenn ihr das Ganze lernen wollt, schaut gerne auf Patreon vorbei. Dort habe ich eine ganze Webinar-Reihe einen Monat lang gemacht, wo es nur um Continuation geht, wie man sowas erkennt. Im Orderbuch und das Gleiche machen wir jetzt nochmal in dem aktuellen Monat. Continuation, Trades erkennen, Stop-Management, all sowas machen wir jetzt nochmal nur aus dem Footprint raus. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mich gerne auf Discord an. Ich antworte gerne. Ansonsten habt eine gute Trading-Woche, passt auf euch auf und ich hoffe, euch geht es allen gut. Macht's gut, Leute und ciao, ciao. Ciao.